Yo Freunde und herzlich Willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Damit meine Freunde zu einem nächsten Realtalk Ründchen, denn ich habe mir gedacht, ich fasse mal in einem Video zusammen, was es für Pros, aber auch für Kontras gibt in Sachen Abstiegskampf. Ich habe mir mal so meine Gedanken gemacht und mir aufgeschrieben, was spricht denn noch minimal für einen Klassenerhalt des 1. FC Köln und was spricht halt absolut gegen den Klassenerhalt unseres 1. FC Köln und ich kann schon mal vorwegnehmen, da gibt es aus meiner Sicht leider mehr Fakten auf der Kontra-Seite, aber ich habe mich trotzdem mal bemüht und habe trotzdem mal geguckt, was sind denn noch so die kleinen Strohhalme, wo man sich hier eben noch dran festhalten kann, auch wenn es so gegebenermaßen die meisten nur mit sehr viel Fantasie eben gibt. Wir fangen erstmal mit den Pros an, also die Punkte, wo man jetzt sich dann irgendwo noch an der Nase herbeigezogen raussuchen kann, dass der FC es vielleicht doch noch schafft und da ist mir als erstes Mal ins Auge gestochen, das Programm der einzelnen Mannschaften, die halt eben jetzt unten stehen. Ich habe jetzt hier bei allem Respekt den SV Darmstadt rausgelassen, weil ich glaube, da sind sich die meisten einig, dass das für die Regionen auf jeden Fall runtergeht, auch abgesehen davon, wie das Spiel jetzt in Köln für die Darmstädter eben ausgeht und wenn man dann sich den Spielplan der einzelnen Mannschaften noch anguckt, der halt eben überbleibt, dann sticht beim FC als allererstes Mal heraus, dass der FC gegen keine richtige Topmannschaft mehr in der Liga antritt. Man spielt zwar zu Hause gegen Freiburg, die eventuell nochmal so Richtung Platz 7 schielen könnten und vielleicht nochmal Richtung Conference League Quali Platz kommen könnten, da muss man aber natürlich auch abwarten, wie die nächsten Wochen für die Freiburger laufen, weil die letzten Spiele waren da jetzt nicht so stark für den SC Freiburg und der FC hat halt drei Heimspiele, wo man halt sagen muss, man weiß, wie die Fans, die Mannschaft dann nach vorne peitschen und das kann in einem Abstiegskampf auf jeden Fall auch einen positiven Impact geben. Zudem, dass man eben diese drei Heimspiele hat und eben auf keinen Topgegner mehr trifft. Die Spiele sind Darmstadt zu Hause, auswärts Mainz 05, was ein wirkliches Endspiel wird. Dann gibt es zwei Heimspiele hintereinander gegen Freiburg und Union Berlin und dann geht es zum 1. FC Heidenheim eben am letzten Spieltag. Wenn wir uns dann mal von der Konkurrenz die Spielpläne anschauen, dann muss man sagen, ist es sowohl auf Mainzer als auch auf Bochumer Seite schon rein vom Papier her schwerere Gegner. Die Mainzer haben drei Spiele noch auswärts von ihren fünf Spielen, haben gerade jetzt in der jüngeren Zeit eher dann auch zu Hause gepunktet, muss man sagen. Und eins der Heimspiele ist halt neben dem FC Borussia Dortmund. Das Spiel ist am 33. Spieltag. Ihr wisst es, für unsere Freunde aus Dortmund geht es ja noch um Platz 4, also um die Champions League Quali, also hat auch der BVB eben nichts zu verschenken. Da haben die Mainzer dann auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Spiel am 33. Spieltag, wo man natürlich auch nicht ausschließen kann, dass Mainz da sogar gewinnt, weil ihr wisst es, der BVB ist immer mal für den Klops gut, aber hier hat Mainz auf jeden Fall ein sehr, sehr schwieriges Spiel. Am letzten Spieltag spielt man dann in Wolfsburg als Mainzer 5 und auch die Wolfsburger könnten ja eben auch noch mal unten reinrutschen. Aber da werden wir gleich noch mal im Detail was zu sagen, eben zu den Wölfen. Und wenn wir uns die Bochumer anschauen, auch hier gibt es noch drei Auswärtsspiele. Gerade beim VfL Bochum kann man da, finde ich, noch viel vermehrter als bei Mainzer 5 draufschauen, weil der VfL Bochum ist mit Legeltich sieben Punkten auswärts und nur einem Auswärtssieg die mit Abstand schlechteste Auswärtsmannschaft der Bundesliga. Und der VfL hat halt wirklich gerade zu Hause eben seine Punkte geholt. Am 33. Spieltag spielen aber auch die Bochumer noch ein sehr schwieriges Heimspiel. Da kommt Bayer Leverkusen. Da kann man jetzt natürlich sagen, okay, die Pillen sind bereits deutscher Meister. Ja, dennoch hat die Mannschaft ja, wie ihr wisst, eine unfassbare Qualität. Und ich glaube halt, dass auch Alonso ehrgeizig genug ist, um zumindest zu versuchen, diesen Punktrekord der Bayern noch anzugreifen. Wenn das Ganze da am 33. Spieltag noch möglich sein sollte, glaube ich schon, dass auch da die Leverkusener noch mal alles eben raushauen. Und das kann dann in dem Fall uns auch nur zugutekommen. Zu Mainz 05, zu dem VfL Bochum muss man natürlich noch sagen, was ich eben angestimmt habe. Der VfL Wolfsburg mit 28 Punkten und Union Berlin mit 29 Punkten sind hier auch noch nicht ganz raus. Wenn beide noch mal ein, zwei Spiele in Folge verlieren und die anderen, nämlich Köln, Bochum, Mainz punkten, dann wird es eben auch für diese Mannschaften da auf jeden Fall extrem eng. Wolfsburg spielt zum Beispiel noch gegen Bochum und gegen Mainz. Da geht es für Wolfsburg auf jeden Fall noch um viel. Da kann Wolfsburg aber eben genauso wie Union da auf jeden Fall reinrutschen. Was da jetzt besser ist, lasse ich jeden selber bewerten. Ich glaube, rein grundsätzlich wäre es natürlich besser, wenn Wolfsburg beide Spiele gewinnen würde, nämlich gegen Mainz und gegen Bochum aus FC-Sicht. Es wäre aber vielleicht auch nicht ganz verkehrt, wenn am letzten Spieltag Wolfsburg und halt noch Mainz oder Bochum in Reichweite wäre, um dann halt dann eben noch ein bisschen mehr machen zu können. Union Berlin spielt ja dann am 33. Spieltag in Köln. Ich hoffe persönlich, dass Union, weil sie mit 29 Punkten von den Teams unten auch am meisten Punkte haben, vielleicht bis dahin schon durch sind. Ich hoffe, dass die Berliner da bis dahin zwei Siege noch holen. Ja, dass vielleicht der ein oder andere Prozentpunkt da in Köln auf jeden Fall dann aus Union-Sicht ja dann auch nicht abgerufen wird. Aber das ist natürlich alles Wunschdenken. Das ist kein Fakt. Aber Fakt ist, dass Wolfsburg und eben Union noch eben nicht aus dem Schneider sind. Dazu muss man sagen, aus meiner Sicht ist ein absoluter Pro-Punkt, dass beim FC zumindest aktuell, was sich ja immer schnell ändern kann, außer der wie Selke und Luca Kiel dann keine besonders wichtigen Spiele aus meiner Sicht jetzt aktuell ausfallen. Von daher kann man dann eher sagen, es ist gut, dass Luca Wallschmidt fit zurück ist, Marc Uth oder Justin Diehl und Justin Diehl oder und wie auch immer, kann jeder selber werten, könnten auch beide nochmal ein Faktor werden. Also auch hier haben wir dann vielleicht in der Offensive noch ein, zwei andere Möglichkeiten jetzt im Laufe der Crunch-Time, wie Timo Schulz es so schon sagt. Und man muss sagen, aufgrund der direkten Duelle hat man zwar jetzt nicht mehr so hundertprozentig selber in der Hand, aber man kann mit einem Sieg gegen Darmstadt das Ganze wieder in eigene Hände ziehen. Und das ist auf jeden Fall das Positive, finde ich, wenn man denn was Positives noch sehen will, was man hier auf jeden Fall raussuchen kann. Da gibt es auf jeden Fall schon den einen oder anderen Punkt, wo man schon sagen muss, da wäre es realistisch zum einen für den FC noch was zu machen mit dem Restprogramm. Es wäre aber auch realistisch, dass Mainz, Bochum, Wolfsburg, whatever, auch nochmal fehlen lassen bei dem Programm, was da eben noch auf dem Tacho steht. Aber wie ich eben kurz erwähnt habe, das ist natürlich alles ein bisschen Wunschdenken und keiner von uns kann in die Glaskugel schauen. Dennoch glaube ich, dass rein vom Papier der FC leicht, ist immer scheiße gesagt im Fußball, aber rein vom Papier das machbarste Programm hat, weil ich hoffe, dass Union bis zum 33. Spieltag durch ist. Am letzten Spieltag Heidenheim wird auf jeden Fall durch sein. Von daher hast du da zwei Spiele gegen Gegner, wo es eventuell oder bei Heidenheim auf jeden Fall eigentlich um nichts mehr geht. Und wenn du da an dein Limit gehst, dann sollte da auf jeden Fall auch was zählbares machbar sein. Wir gehen aber jetzt rüber zu den Kontrapunkten, was aus meiner Sicht ganz klar gegen einen Klassenerhalt für unseren 1. FC Köln spricht. Und auch hier habe ich mir die anderen Vereine auf jeden Fall mal im Detail angeschaut und habe jetzt als erstes mal Mainz 05 notiert. Mainz hat aktuell einen absoluten Run unter dem neuen Trainer. Man hat aus den letzten vier Spielen drei gewonnen, was schon mal eine überragende Quote ist. Man hat zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen geholt, was auch eine überragende Quote ist. Und ich hatte es schon oft in meinen Real Talk Videos, wo ich über meinen Abschließkampf gesprochen habe, erwähnt. Mainz 05 hat aus meiner Sicht im Gegensatz zu Bochum oder Köln oder Darmstadt den deutlich besseren Kader. Wenn man sich diesen Kader einfach mal anguckt, auch in der Breite, in der Offensive, aber auch teilweise im Mittelfeld mit Barreiro, mit Kraus, da haben die Mainzer schon echt ein paar sehr, sehr, sehr gute Jungs, die rein qualitativ, vielleicht nicht auf jeder einzelnen Position, aber im Großen und Ganzen im Kollektiv qualitativ schon besser sind als eben die drei von mir genannten anderen Mannschaften. Von daher ist neben der Qualität auch der aktuelle Run einfach was, was absolut für die 05er auf jeden Fall spricht. Wenn wir auf den VfL Bochum schauen, dann muss man sagen, bei Bochum hat man ja jetzt nochmal einen Trainerwechsel vollzogen. Heiko Butscher übernimmt interimsweise bis Ende der Saison, hat das ja auch schon mal gemacht, kennt den Verein in- und auswendig. Bochum hat jetzt mit dem Last-Minute-Remy gegen Heidenheim, ja, da auf jeden Fall auch nochmal Moral sich holen können und es ist natürlich jetzt die Frage, wie man das jetzt fürs Auswärtsspiel nach Wolfsburg mitnehmen kann. Aus Kölnern sich natürlich hoffentlich im Idealfall nicht, aber Bochum ist auf jeden Fall auch in der Lage noch den einen oder anderen Punkt eben zu holen und da muss man jetzt gucken, was der Trainerwechsel hier eben bewirkt. Aber sollte dieser Trainerwechsel fruchten und dazu halt eben noch der Lauf der Mainzer, ist das auf jeden Fall natürlich absolut kontraproduktiv eben für den FC. Der nächste Punkt ist, dass der VfL Wolfsburg und Union Berlin, wie ich eben gesagt habe, sind zwar noch nicht aus dem Schneider, aber wenn man auch hier ehrlich ist, sind diese beiden Mannschaften sogar auch nochmal qualitativ nochmal deutlich besser als Mainz 05 beispielsweise oder halt als FC und Bochum sowieso. Wolfsburg, glaube ich, brauche ich keinem zu sagen, was die seit Jahren jedes Jahr in den Kader pumpen. Ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Und Jona hat nicht umsonst Champions League gespielt, da hat man mit Gosens, Volland etc. pp. unglaublich aufgerüstet. Auch hier hat man ja wahrscheinlich trotzdem in der Kaderplanung zwar Fehler gemacht, ja, trotzdem ist die Mannschaft überragend gut besetzt und das muss eigentlich bei Wolfsburg als auch bei Union deutlich zum Klassenerhalt reichen. Dennoch sage niemals nie, aber aus meiner Sicht sollten die beiden Mannschaften dennoch die Klasse halten aufgrund eben, wie gesagt, der Kaderqualität. Dazu ist jetzt, ohne dass ich jetzt explizit auf einen Verein gucke, aber der FC ist natürlich punktuell hinten dran, sonst wären wir ja nicht 17. Das Problem ist aber, wir haben 4 Punkte auf Mainz, 5 Punkte auf Bochum, wie ihr es ja wisst. Und meine Überlegung war jetzt einfach mal, natürlich hat Bochum oder Mainz noch Dortmund, schräg schräg Leverkusen als Gegner oder andersrum, sorry. Aber dennoch muss man sagen, wenn man sich jetzt mal überlegt, wenn Mainz oder Bochum aus den verbleibenden 5 Spielen nur 4 bis 5 Punkte holen würden, was schon schlecht wäre, dann bräuchte der FC schon 10 Punkte. Und ich gehe halt davon aus, dass sowohl Mainz als auch Bochum noch mehr als 4 oder 5 Punkte holt. Also ich traue beiden schon wenigstens so 6, 7 Punkte zu. Und ja, dann bräuchte unser FC schon 4 Siege aus den verbleibenden 5 Spielen. Und da muss man sich natürlich die Frage stellen, ist mit der Qualität, die der FC zum einen hat, zum anderen aber auch eben vor allem mit der schwachen Offensive, die der FC hat, überhaupt möglich, in diesen 5 Spielen 4 Siege zu holen. Frage an euch, ich glaube es leider persönlich nicht. Also ich glaube, du musst halt eher darauf hoffen, dass eine Mannschaft wie Bochum beispielsweise eher nur noch 3 oder 4 Punkte holt, damit du da irgendwie vorbeikommst. Weil 4 Siege oder mehr, muss ich sagen, sehe ich für meinen Teil in diesen 5 Spielen überhaupt nicht. Und man muss sagen, wenn wir jetzt auch nochmal explizit auf Timo Schulz schauen, seit Timo Schulz im Amt ist, hat er viele Sachen finde ich zumindest positiv verändert. Wir sind defensiv auf jeden Fall deutlich stabiler eben als vorher. Machen zwar leider immer noch zu viele individuelle Fehler und vorne sind wir halt immer noch vom Tor kacke, ich sage es jetzt einfach mal so. Aber rein grundsätzlich hat die Mannschaft schon verbessert. Problem ist, wir haben halt primär seit Schulz im Amt ist, gerade auswärts die besseren Auftritte gehabt und da halt auch öfters gepunktet als eben zu Hause. Und dann muss man halt auch dazu sagen, dass wir halt eben diese 3 Heimspiele haben. Und klar, wir haben unter Schulz Frankfurt besiegt, wir haben Bochum besiegt. Auswärts haben wir gefühlt außer Bayern nur unentschieden gespielt oder haben nur unentschieden gespielt. Ja, dennoch fand ich uns jetzt zu Hause nicht so wie ein Verein wie der 1. FC Köln vor heimischer Kulisse eben agieren sollte. Damit meine ich lediglich auch nur unsere Mannschaft. Deswegen es ist irgendwo ein Pro-Punkt, dass du halt diese 3 Heimspiele aus 5 Spielen hast. Beim FC, aber wie ihr wisst, ist alles anders. Deswegen habe ich das irgendwo auch als Kontrapunkt, weil wir halt aus meiner Sicht auswärts die besseren Auftritte hatten. Und in vielen Spielen, Hoffenheim, Wolfsburg, Stuttgart, ihr wisst es, da auch eher sehr nah an einem Sieg dran waren. Und gegen Bochum hatten wir mit dem Last-Minute-Ding auch extrem viel Glück. Da muss man auch einfach mal ehrlich für sie selber sein. Deswegen ist der FC eigentlich unter Schulz, finde ich zumindest, auswärts besser. Deswegen, ob wir dann die 3 Heimspiele haben, überlasse ich jedem von euch, ob das eben ein Pro- oder Kontrapunkt eben ist. Der letzte Punkt, den ich hier noch bei Kontra ganz, ganz klar habe, ich habe auch schon oft gesagt, die 2. Bundesliga ist mittlerweile qualitativ und fußballerisch deutlich, deutlich noch mal verbessert im Gegensatz zu den letzten 4, 5, 6 Jahren. Und aktuell ist es ja so, dass Fortuna Düsseldorf auf Platz 3 steht. Theoretisch ja, wenn der FC mal 2 Sieg in Folge holen würde, könnte man auch nochmal an Platz 15 schnuppern. Ja, davon ist aber aufgrund der 4-Punkte-Rückstand absolut nicht mitzurechnen, meiner Meinung nach, zumindest aktuell. Und daher geht es weiterhin, wenn überhaupt, um die Relegation. Und aktuell, wie gesagt, Fortuna Düsseldorf auf der 3. Und sollte der FC in die Relegation kommen, Fortuna Düsseldorf ein absoluter Brocken. Also ich bin ganz ehrlich, Derby, wie ihr wisst, hat sowieso immer seine eigenen Gesetze. Dazu muss man sagen, Daniel Thun da jetzt über mehrere Jahre konstant gute Arbeit in Düsseldorf gemacht, erntet aktuell so die Früchte von seiner Arbeit. Und Düsseldorf einige sehr, sehr gute Spieler, allen voran im Sturm der Grieche. Solis, der, ich glaube, 17 Tore in der 2. Bundesliga erzielt hat. Ja, viele talentierte, gute Jungs. Ob es Appelkamp ist, mit so einem Botgarten, richtig guten Sechser. Also Düsseldorf auf jeden Fall sehr, sehr gut besetzt. Das würde auch eine unglaubliche Schlacht werden. Und auch eine Relegation gegen Zweitligisten, auch wenn die Bundesligisten sich in fast nahe zu allen Fällen durchgesetzt haben, ist auch dieses Jahr ein ganz anderes Pflaster, meiner Meinung nach, als in den letzten Jahren. Von daher ist auch die Relegation meiner Meinung nach für den FC sehr, sehr schwer zu erreichen, zum einen. Aber dann auch wirklich zu überstehen und dann in der Liga zu bleiben. Deswegen auch das für mich auf jeden Fall ein ganz klarer Kontrapunkt. Ich glaube, um nochmal abschließend jetzt, ja, diese Punkte unter die Lupe zu nehmen. Ich glaube, dass man hier ganz gut daran erkennen kann, dass diese Kontrapunkte, die ich hier genannt habe, argumentativ schon deutlich über den Pros sind. Weil die Pros ist auch sehr, sehr viel Wunschgedanke mit drin. Ich weiß, dass es da draußen viele positive Leute und FC-Fans gibt, die noch immer daran glauben und wahrscheinlich diese Pro-Punkte sogar als realistischer ansehen. Ja, ich muss aber sagen, bei sowas habe ich immer die FC-Brille aus und bewerte wirklich so nach dem, was ich fußballerisch sehe. Und da muss man sagen, spricht aktuell alles sogar für einen direkten Klassenerhalt von Mainz 05, für eine Relegation des VfL Bochum und eben für einen Abstieg für unseren 1. FC Köln. Aber nur weil es aktuell so aussieht, heißt es ja nicht, dass es auch so kommen muss. Ich hoffe natürlich, dass ich Unrecht habe und es eben natürlich nicht so kommt. Aber ich denke, man muss auf jeden Fall die Kirche im Dorf lassen und man muss auch einfach ein bisschen Realismus walten lassen. Und eben so, wie die Saison läuft, so wie die Performance auch über weite Strecken der Saison war, so wie unser Vorstand, vor allem unser sportlicher Geschäftsführer Herr Keller sich in dieser Saison präsentiert und verhalten hat, spricht halt eben leider alles für einen Abstieg. Aber das ist nur meine Meinung, meine Analyse, mein Real Talk zu der aktuellen Abstiegssituation. Was spricht für einen Klassenerhalt, was dagegen? Ich bin sehr gespannt, wie ihr die Punkte seht. Habt ihr vielleicht auch noch Punkte auf der Pro- oder Kontra-Seite, wo ihr sagt, das spricht für einen Klassenerhalt, das für einen Abstieg? Könnt ihr sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich versuche, wie immer, so viel es geht zu beantworten. Werde aber jeden Kommentar auf jeden Fall lesen. Freue mich da auf eure Meinungen. Bin sehr gespannt und würde mich natürlich neben euren Meinungen, wie immer, über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer, ich mache wieder. Euer Fabius raus, haut da rein und ciao.